Äh, ich würde sagen wir nochmal den Weg. Und damit es schneller geht, werde ich bisschen schummeln, über dieses Wasser hinüberlaufen. Es ist schon recht stören, Wasser. Es ist viel mehr Blut. Moment, sind wir jetzt, ach jetzt hab ich, ach jetzt weiß ich nicht mehr wie wir gegangen sind. Ich hab zu viel erzählt. Oh mein Gott. Ups, zu weit gelaufen. Ja, wenn man mit STRG... Äh, Quatsch, anders. Mit STRG kann man auch über Teleports laufen. Funktioniert aber auch nur im Testplay. Also denkt jetzt nicht, sobald ihr ein RPG-Maker-Spiel spielt, könnt ihr ewig herumcheaten. So ist das jetzt nun nämlich nicht. Dazu braucht ihr schon den RPG-Maker. Und nur weil man das kann, muss man es ja nicht tun. Nicht wahr? So, gibt es jetzt hier irgendwelche Hinweise? In diesem Raum. Ne, sieht alles gleich aus. Wir könnten die Kronleuchter ansprechen? Nein. Wir könnten die Kronleuchter anspucken? Nein. Wir könnten die Kronleuchter ansprechen? Nein. Ähm, Zweifel. Es sind aber drei Leerstellen und sie sagt mir, zwei verwischte Symbole. Boah. Rechts? Links? Und nochmal links? Ne, nach oben. Es ist wahrscheinlich nach oben. Das letzte ist meistens nach oben. Hm. Okay. Das ist, äh, voll doof. Ne, das finde ich wirklich ziemlich tof. Oh, da kann man sehr ewig herum probieren. Es gibt zig Möglichkeiten. Äh, da werde ich jetzt schummeln müssen. Und ich nehme noch nicht so lange auf. Das bedeutet, ich muss ja weiterspielen. Ähm, ich sehe es im RPG Maker nach, denn es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und die Hinweise reichen mir hier definitiv nicht, um zu sagen, aha, ich muss jetzt nach, äh, links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus? Ne, das wird es nicht sein. Das wäre ja zu utopisch. Oh mein Gott, ich bin gefangen. In der Matrix. Und, äh, okay. Ne, da muss ich nachsehen. Ich habe keine andere Wahl. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Hier bei Dreamlight R von Serenkenji aka Judo. Bis gleich. Okay, ich kenne jetzt die Lösung, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang sie zu den anderen Pfeilen steht. Hier könnt ihr euch ja nochmal notieren, macht einfach auf Pause. Vielleicht ist es eine logische Weiterführung dieser Pfeile, diese drei Leerzeichen dahinter. Aber, äh, aber ich glaube eher nicht. Okay. Es geht unten, rechts, hoch. Oh, ich habe keine Ahnung, was der Entwickler damit aussagen wollte. Unten, rechts, hoch. Ähm, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, und wirklich wisst und nicht einfach blind drauf losratet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wäre sehr höflich. So. Oh, wir haben Munition, Morphin und Impfstoff gefunden. Oh, ist das herrlich. Das ist so herrlich, ich speichere einfach nochmal. Mmh, nom, nom, nom. Wenn ich jetzt nun nicht wüsste, was gleich kommt, denn ich habe mich versehentlich selbst gespoilt, als ich nachgesehen habe. Es ist der Typ aus Terranigma. Alan. Oh mein Gott, der Typ aus Terranigma ist ihr Freund. War doch Terranigma, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Er sieht auf jeden Fall so aus. Ähm, der stand auch oben bei den Statuen von Valencurt. Wieso kann ich mir den Namen Valencurt merken? Oh mein Gott, der hat sich tief in mein Hirn eingebrannt. Wahrscheinlich werde ich auch bald ins Dreamland verschleppt. Rinoa. 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 Ich bin mir sicher, dass du nicht damit gerechnet hast, mich wiederzusehen, oder? Und vor allem nicht an diesem Ort. Ist es nicht so? Du bist so sexy, wenn du untot bist. Oh. Ich beobachte dich schon die ganze Zeit. Dich und diesen Brat. Was gibt es da zu lachen? Weißt du, in der ersten Sekunde hatte ich mich wirklich gefragt, warum du das getan hattest. Hattest du denn tun? Oh, ach so war das. Sie hat ihn runtergeschubst und dann hat er sich das Genick gebrochen. Doch er hat nur ein paar Minuten überlebt und dabei überlegt, warum er mit dem Auge an einem Ast hängen blieb und dabei sein Auge ausgekratzt wurde. Außerdem landete er auf einem Stachelschwein, das sich tief in seine Eingeweide gebohrt hat, aber die überlebenswichtigen Eingeweide verfehlte. Und so hat er über Stunden mit dem Tod gerungen. Ähm, Entschuldigung. Ja, für den Bruch deiner Sekunde fragte ich mich, warum. Doch ich hätte wissen müssen, dass es immer noch um Sie ging. Schon wieder Sie, Sie. Um wen geht's denn Sie, Sie? Wer ist Sie? Hast du eine Affäre mit irgendwem? Du scheinst dich noch immer... Ähm, Entschuldigung. Ich hab mich versprochen, Reno. Du scheinst auch immer nicht gelernt zu haben, für deine Taten gerade zu stehen. Was mich angesichts deiner Vergangenheit wundert. Hm. Moment mal. Sie hat uns doch eine ganz andere Geschichte aufgetischt. War der in dieser sekundenbruchteiligen Sequenz nicht Ellen? Oder war es doch Ellen? Man weiß nicht. Sie hat uns gesagt, in ihrer sehr glaubwürdigen Geschichte, dass er von Zombies zerfleischt wurde. Hm. Das war mir schon nicht ganz geheuer, so wie sie das erzählt hat. Wie als ob sie es irgendwie, ich weiß nicht, ausgedacht hat. Hm. 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 Punkt. 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 Ich hab einen Stock im Arsch. Oh. Aber hey. Dadurch habe ich jetzt das Privileg, das Irmantiv von nur Sie und all die anderen mit mir getan haben. Oh. Sie hat doch nicht gelogen, aber sie hat ihn runtergeschubst. Oh. Du blöde Kuh. Ja. Du blöde Kuh. Deine Lügen helfen dir nun nicht mehr, Rinoa. Hier und heute wird abgerechnet. Denn hier, an dem Ort, wo die Zeit relativ entkommen unmöglich und schmerzunendlich ist, gilt in deinen Regeln nicht mehr. Hier regiert nur er. Und heute ist Zolltag. Falk. Falk. Vielen Dank.